Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema Natural Fallacy. Ja, die Falle, dass wir denken, nur weil es natürlich ist, ist es gesund. Das ist an sich keine schlechte Herleitung. Schließlich haben wir damit einen Riesenpunkt auch bei uns in der Ernährung, der damit assoziiert wird, nämlich das Bio-Siegel, wo wir einfach sagen, okay, Bio steht für uns für eine sehr tolle Tierhaltung, für eine artgerechte Ernährung, für tolle Rahmenbedingungen. In vielen Fällen ist das auch korrekt, beispielsweise bei Fleisch in diesem Fall, wo wir sagen können, alleine aus dem Tierwohl, dass es tausendmal besser ist, bis hin zu, okay, es ist eine natürliche Ernährung, die haben tolle Regularien. Wir können es davon ausgehen, dass auch beispielsweise das Fettprofil besser ist. Darum geht es hier aber nicht, sondern es geht eher darum, dass wir annehmen, dass nur weil es natürlich ist, es automatisch gesund ist. Es ist beispielsweise nicht gesund, in der Natur einfach barfuß durch den Wald zu gehen, ohne gewisse Hornhaut, und irgendwas reinzutreten und dann Tetanus zu kriegen. Tetanus ist auch natürlich leider nicht gesund. Und von dem Extrem versuche ich so ein bisschen abzuleiten, um ein bisschen auf den Diskurs zu kommen, dass Natürlichkeit in der richtigen Ausrichtung ein guter Indikator sein kann, aber nicht immer 100% korrekt. Das heißt, es kann auch stark am Ziel vorbeigehen. Wenn wir es auf Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise münzen, ein Pulver, beispielsweise nennen wir mal Ashwagandha, das kennt jeder. Ein Ashwagandha-Pulver wird niemals so stark wirken wie ein Extrakt, der auf einen Vitanolyt-Gehalt standardisiert ist. Das heißt, die Natur bietet ein großes Feld, aus dem man mit der Wissenschaft so gesehen die wichtigen Dinge herausarbeiten muss. Leider ist mittlerweile die Gesellschaft so stark gespalten, dass man sagt, auf der einen Seite alles Natürlich ist gut und alles, was nicht natürlich ist, also stark verändert, ist schlecht. Das ist einfach falsch. Denn es gibt keine pauschale Beantwortung für das ist natürlich, das ist gut versus das ist stark verarbeitet, das ist schlecht. Ein Whey-Protein ist theoretisch stark verarbeitet, ist aber nichts Schlechtes. So kann man dieses Ding einfach in alle Himmelsrichtungen ausdehnen. Süßstoffe beispielsweise auch ein sehr, sehr interessantes Thema, aber dafür gibt es ein extra Video. Kommen wir zu dem Thema Natural Fallacy eigentlich wieder zurück. Wieso rede ich da überhaupt drüber? Wir haben aktuell durch Influencer und Co. haben wir so einen gewissen Hype, dass Leute sagen, ihr müsst gewisse Lebensmittel essen, ihr müsst draußen barfuß durch die Gegend laufen, ihr müsst XYZ machen, weil das ist natürlich und deshalb ist das gut. Nein, das ist nicht das Argument, was korrekt ist. Das Argument kann sein, ihr geht draußen barfuß spazieren, weil es euch erfüllt mit Glückseligkeit. Ihr geht im Wald spazieren, weil euch dadurch das Geist sich beruhigen kann, ihr das allgemein schön findet. Das ist alles gut. Das Problem an der Sache ist, dass die Natürlichkeit oftmals vorgeschoben wird, um irgendwo ein gewisses Marketing zu betreiben. Auch wenn es gar nicht so gemeint ist, auch wenn man gar nicht sagt, man möchte damit im Endeffekt jemandem hinters Licht führen, weil man das auch selbst glaubt. Es ist oftmals nicht der Punkt, weil es natürlich ist, ist es gesund. Ich hoffe, ihr könnt mich da verstehen. Sondern es ist meist so, es ist natürlich und dann kommt der eigentliche Grund, weil XYZ. Und deswegen geht nicht davon aus, dass nur weil etwas natürlich ist, dass es gesund ist. Gehen wir noch einen kurzen Exkurs, machen wir noch mal. Und zwar als Beispiel einen Apfel. Jeder sagt, dass ein Apfel sehr natürlich ist oder gerade wenn es zum Lebensmittel geht und man guckt hinten irgendwelche Ingredients durch und was auch immer. Ja, das ist ja gerade Süßstoffe, kommt aber nochmal explizit. Wenn ihr euch eine JUPAC-Formel von einem Apfel anguckt, fallt ihr alle rückwärts vom Stuhl. Die Thematik ist halt einfach nur, wir sind aktuell in einem Zeitalter, wo wir so viele Informationen tagtäglich vermittelt bekommen, dass es unglaublich schwer ist, diese Informationen richtig zu kategorisieren, als auch diese nicht nur zu kategorisieren, sondern zu verstehen. Und viele verlieren sich dann einfach nur in reißerischen Aussagen, wo irgendeiner sagt, pass auf, das ist nicht natürlich und deswegen wirst du daran sterben versus das ist natürlich und deswegen ist es total toll. Die Problematik ist halt dann, wie gesagt, schwarz-weiß, wenn es dann beispielsweise in die Research geht und man sagt, okay, pass auf, Lichtenergie ist das Einzige, was du brauchst. Lichtnahrung musst dir dein Hintertürchen besonnen lassen und dann wirst du garantiert gesund werden. Und das Problem ist, dass dort oftmals auch wissenschaftliche Dinge komplett aus dem Kontext gerissen werden. Und dadurch wird im Endeffekt diese eventuell gute Intention und auch das, was eigentlich an dieser ganzen Sache ganz gut ist, komplett in den Dreck gezogen. Es ist beispielsweise ganz gut, wenn man sich mal in die Natur setzt. Das ist vollkommen in Ordnung. Es gibt auch garantiert einen Benefit davon, barfuß über Gras zu laufen. Der Punkt ist, dieser Benefit darf nicht missbraucht werden, größer gemacht werden, als er ist und eben für, wie gesagt, für Marketing missbraucht werden, nur um irgendwie eine Gefolgschaft zu generieren und dann einem irgendetwas zu verkaufen. Deswegen, heißt kurzum, Thema relativ easy abgeschlossen, nur weil es gesund ist, genau, nur weil es natürlich ist, heißt es nicht, dass es gesund ist und nur weil es nicht natürlich ist, jetzt muss ich meinen Hirn kategorisieren, nur weil es nicht natürlich ist, heißt es nicht, dass es auch automatisch gesundheitsschädlich ist. Ja, meine Güte, kompliziert. In dem Sinne, ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.